Sie gucken gerade so interessiert, da erkläre ich Ihnen doch gleich mal die Regeln. Also hier darf jeder sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an den Rederahmen von 6 Minuten hält. Das ist alles. Jugendfreundlich, gewaltfrei und der gute Ton natürlich. Müll nicht rumschreien, nicht pöbeln, sondern Sie haben ja ein Mikrofon, sind ja laut genug. Genau, das sind hier die wenigen Regeln und wenn Sie die beherrschen, können Sie sofort hier das Mikrofon ergreifen. Bitteschön. Ja, ich habe mich auch mal nicht getraut. Ich bin ja auch zwangsweise hingeraten. Ich war mal der Kameraknecht und dann hat irgendwann keiner mehr Moderation gemacht und dann musste ich das irgendwie machen. Also da wird man manchmal einfach so reingestoßen ins kalte Wasser. Also wenn Sie sind ja schon ziemlich dicht, haben Sie sich ja schon reingetraut. Genau, du hast die Regeln auch gehört, gewaltfrei, jugendfreundlich und guten Ton. Nee, da geht er gleich weg. Gewaltfrei, jugendfreundlich, mag er nicht. Gut, dann, genau, das waren die wenigen Regeln. Ich erkläre sie nochmal. Jeder darf hier sprechen, der gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton reden kann und sich an den Rederahmen hält. Sechs Minuten. Dann ist das Mikrofon offen, so eine Art Speaker's Corner, nur dass man bei der Speaker's Corner natürlich nichts gegen die Queen sagen darf. Hier in Hamburg darf man auch was gegen die Queen sagen, vorausgesetzt gewaltfrei und jugendfreundlich und im guten Ton. Bitteschön. 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 Bitteschön.